heute herzlich willkommen zurück auf den kanal wir schauen uns heute den stream vom zehnten ersten an was er da so fabrizierter ich habe wieder gesehen dass die man nicht lange und viel singenschmerzen aber mal ob überhaupt was beisammen kommt aber bevor es losgeht hier noch mal ein kleiner stream ist jetzt gerade wahrscheinlich ich hoffe man kann es lesen ich lese einfach mal vor also im hintergrund sehen hier den stream von hartgeld und da hat reine geschrieben soll brau würde gesperrt habe die geschrieben und leider video hoch sehen uns die tage sorry ein hat ja vehement gesagt ich wohne nicht gesperrt dies und das sicher einfach nur später geschrieben was auch immer hier haben wir den beweis reine hat mal wieder gelogen wer hätte es gedacht bei irgendjemand von euch draußen der wirklich gedacht hat dass reiner nicht gesperrt gewesen war und deswegen zufällig um 0 uhr angefangen hat so stream anstatt um 20 uhr ich verstehe nicht warum ich meine er gibt es hier offen zu es spricht alles dagegen anstatt einfach die presse hält und leute wegband die halt dazu was sagen nee reiner muss dann unbedingt wieder die lüge erzählen dass er gar nicht gesperrt ist und reitet sich damit nur noch tiefer rein in die scheiße das ist unser reiner wie wir ihn kennen und lieben aber ja ich würde einfach mal sagen wir starten rein in den ersten clip jetzt dazu zwei sachen erstens ich habe euch das schon erklärt ich erkläre es euch aber gerne noch mal ich habe kein problem damit musik streams zu machen habe ich noch nie ein problem damit gehabt werde ich auch nie haben ich liebe musik streams erstens ich kann entspannt musik raussuchen zweitens ich kann hier und da mal ein bisschen mit der hänzen mit singen mit labern mit uachen was auch immer ich kann nebenbei ein bisschen rein quatschen musik streams sind für mich so das eigentliche nonplus ultra weil das ist mein stil ja das war auch schon mein stil lange 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 vor youtube nicht lange vor youtube sondern lange lange vor tik tok schon auf youtube schon auf juno das war mein ding ich habe nie ein problem damit aber es muss ich für mich vom finanziellen aspekt her ohne weil das ist mein beruf nun mal ich lebe nun mal davon und es ist traurig aber es ist leider so dass eben in erster linie ich die kohle verdiene wenn ich matches mache das ist einfach so und deswegen muss ich viel matchen wenn ich natürlich vom weiß dass ich für eine stunde sagen wir mal zwischen ich will ich will gar nicht übertreiben man könnte auch sagen ich bräuchte pro stunde 10.000 aber das ist quatsch wenn ich sagen wir mal wenn ich mal 5.000 bis 6.000 diamanten habe pro stunde dann habe ich für die stunde grob neun euro na nicht neun euro sagen wir mal acht euro bei bei ne quatsch das stimmt auch nicht was habe ich bei was sagen wir mal sagen wir mal 8.000 habe ich ungefähr 6 euro 6.50 ungefähr lohnt sich auch nicht ist ein schlechter stundenlohn aber ist etwas wo ich sage okay dann kann ich leben weil es sich auch summiert so und bei mir kommen ja noch viel mehr rein bei mir kommt ja auch die kohle von abos und so rein deswegen summiert sich das und das ist für mich in ordnung ich will ja keine millionen damit verdienen das war auch nie meine absicht aber ich muss halt trotzdem drauf schauen dass ich monatlich ein bisschen kohle auch rein bekomme pro stream und in den letzten zwei drei streams trotz matches hat sich leider nicht rentiert vom finanziellen aspekt ja nur auf dem finanziellen aspekt ansonsten ich liebe meine arbeit ich liebe meine streams und ich habe nie ein problem damit auch so für euch zu streamen wir können auch gerne musik weitermachen das ist kein ding dankeschön übrigens für das teamherz ich bin gerade sowieso im überlegen ob ich noch einen song von rabenschrei das war gerade rabenschrei aber ich kann noch einen song von rabenschrei spiel weil der blinzelt mich hier so an und ich liebe diesen song und ich habe ihn echt lange nicht mehr gehört also werde ich den ding ja auch nochmal spielen und wie gesagt wenn wir es schaffen dass wir sagen wir mal sagen wir mal noch auf 1200 oder was kommen oder sagen wir mal auf vielleicht 2000 das wäre eine galaxie oder knapp eine galaxie dann würde ich sagen okay wir können gerne noch musik streams weitermachen und wenn es noch ein bisschen weiter läuft so die nächsten 40 minuten oder was dass man am ende vom stream auf ungefähr 7000 bis 8000 ist dann wäre das überhaupt kein thema dann kann man auch gerne musik streams machen wie gesagt ich habe nicht vor euch irgendwie auszuziehen oder 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 nackig zu machen was die finanzielle situation angeht gerade deswegen stehme ich eigentlich auch gerne auf youtube auf deswegen habe ich früher gerne auf youtube gestreamt oder auf juno auch oder auch auf twitch oder eben auch auf kick weil da ist es nicht so dass ihr so viel kohle ausgeben müsst und ich wenig davon habe weil ihr macht das ja auch damit ihr mich unterstützt so und johann ich habe mir das jetzt lange genug angeschaut ich würde sagen du fliegst jetzt raus weil diesen kindergarten den kannst du bei jemand anderem abziehen so das habe ich mir jetzt zwei tage drei tage angeschaut ja so erst mal natürlich verständlich ist es reines job auch wenn wir da alle andere meinungen zu haben aber im prinzip erlebt davon größtenteils zumindest da kann man schon verstehen wer da sagt jo leute ich kann das hier machen aber damit komme ich nicht über die runden ist erst mal nachvollziehbares verhalten aber wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht und sich anschaut okay einer stream zwei stunden am tag und das war's manchmal kommt noch ein kick stream ungefähr gleiche zeit dazu aber das ist ja auch eher hobby würde ich sagen ja und der rest der zeit geht in seinen blog rein ich finde wenn reiner das auf die stunden runter rechnet ist das ein bisschen quatsch ich meine welcher selbstständige er ist recht wenn er so ein kleingewerbe hat und so weiter rechnet sich den stunden runter und denkt alter das ist geil ich glaube keiner oder und reiner wie gesagt stream zwei stunden am tag tik tok ohne matches diesmal diesmal hat er nur singeschmatze gemacht und er würde sich dafür halt auch bewerfen lassen mit geld wieso auch immer er denkt dass er da ein anrecht drauf hat weil es ist halt kein content kannst du auch einfach ein radio machen so metal radio oder irgendwann mal ein schlager song zwischen kommt und das ist genau das gleiche ich glaube wie reiner da singeschmatze das wird sich glaube ich keiner so wirklich anschauen die leute warten wahrscheinlich einfach jo wann macht er endlich was deswegen wenn man das von dieser perspektive betrachtet muss man reiner wieder in die verantwortung ziehen weil er könnte viel mehr am tag arbeiten aber außer dieser zwei stunden stream wie gesagt wird er nichts tun dieser blog den er schreibt über die kommunen und so weiter das ist freizeit er verkauft diese serie er hat er glaube ich auch im laufe des streams gesagt jo drei leute haben sich auch schon die serie gekauft mein beileid an der stelle und die drei personen ja und das ist halt wie gesagt hobby es zählt nicht zu seinem beruf und wenn man halt sagt jo ich bin selbstständig aber ich arbeite nur zwei stunden am tag der rest mache ich meine hobbys aber ich verdiene so wenig leute spendet doch mal bitte mehr das hat quatsch das ist uns alle einig sein meine könnte locker weil sich drei vier schon tik tok machen das gleiche kick dann ist halt wenn er zweimal vier stunden macht auf den normalen arbeitstag und dann hätte er diese sorgen auch nicht wie als wenn er nur zwischendurch mal eine stunde stream eine halbe stunde mal anderthalb stunden er ist einfach stinken faul und möchte damit geld beworfen werden anstatt einfach mal vielleicht lachen zu machen für die leute auch gerne geld bezahlen wie gute streams gute formate es gibt ja in diesem social media bereich tausend sachen wie gesagt was man machen kann um geld zu verdienen wirklich du kannst aus jeder probeligen idee irgendwie es um modellieren dass du damit geld verdienst das ist wirklich gar kein problem heutzutage auch ohne youtube aber nein reiner sitzt lieber vor seinem pc schreibt es an seiner sechs kommune rum oder was auch immer das werden soll und beschwert sich dass leute ihn nicht für zwei stunden arbeit pro tag mit so viel geld bewerben dass er ohne probleme über die runden kommt und das ist quatsch das ist einfach quatsch ich sagte hey ho alles klappt ja und bei dir ich habe gestern ein bisschen industrial dance gemacht ich bin gestern sehr spät abends online gewesen weil ich gestern noch einiges geändert habe ich habe wenn ich dich damit immer nervig sagst du es nicht ich habe in meiner kommune einiges geändert also an meinen ich finde das interessant ist so ein projekt ist doch cool dass du da so enorm bei bist und du machst ja auch viel dafür das merkt man ja du bist schon sehr fleißig also ich habe heute sechs videos aufgenommen tatsächlich also sechs stück an der anzahl und vorhin habe ich auch wieder so ein ding gebracht weil ich gesagt habe ja so ein lutscher wie mich schon auch jeder gerne also höh du bist doch kein lutscher doch bin ich vorhin auch schon so richtig richtig deep jedenfalls habe jetzt die serie hochgeladen und wir hatten gestern davor vorgestern darüber gesprochen jetzt kann ich die neuen folgen der serie nicht veröffentlichen geht nicht mehr ich hatte jetzt extra sechs folgen aufgenommen heute und wollte eigentlich jetzt die ersten zwei hochladen habe ich auch schon hochgeladen aber jetzt kann ich es nicht veröffentlichen wegen diese weil die da gerade irgendwie was am machen sind glaube ich was wir letzten ja genau richtig richtig und richtig hochgeladen ja ich habe insgesamt der schon vier folgen hochgeladen mit trailer aber das problem an der ganzen sache ist halt dass jetzt folge fünf und sechs oder halt eigentlich ist es folge vier und fünf weiter trailer wird das erfolge eins gezählt folge vier und fünf ist hochgeladen aber ich kann es nicht veröffentlichen weil es richtig mies ist jedenfalls habe ich gestern sehr viel an meinem blog geändert und habe unter anderem alles platt gemacht beziehungsweise nicht platt gemacht sondern ich habe alles umgeschrieben bis auf zwei punkte in bezug auf dieses kinder gedöhns weil ich habe jetzt beschlossen ich mache die kommune jetzt einfach selbst komplett ohne kinder ist beschissen weil ich eigentlich eine generationsübergreifende kommund dankeschön eisen eiseweg eigentlich wollte ich ja eine reine kommune gründen die auch über generationen hinweg funktioniert und auch mit freiheit und alles ist jetzt ist natürlich eigentlich schon wieder eine einsträngung drinnen was eigentlich nicht der fall sein sollte es hat beschissen aber gut das lässt sich jetzt hat nicht ändern jetzt habe ich einfach gesagt ich mache das jetzt einfach so und mich ist das thema einfach gegessen lange das jetzt stand nicht wie lange das gesperrt ist sondern nur erst mal service erst mal eingestellt um die folgen hochzuladen die serien ach so du meinst du serien ja steht nichts dabei wie lange das nervt mich auch ehrlich gesagt ziemlich weil bedenkt was tik tok so alles einnimmt allein durch mich auch und auch durch dich selber als individuum auch und dann dann hast du da und willst du eine serie für den user hochladen willst du denen was geben dafür was bieten dafür zumal ja drei leute sich die serie schon gekauft haben und jetzt auch darauf warten dass was kommt und ich nichts hochladen kann was ist das denn also ich hoffe dass das zeitnah jetzt funktioniert erst mal immer nett dass reiner ihn fragt hat geld nervte ich das eigentlich weil ich die ganze andere scheiße da war er sagt nee er find's interessant wieso auch immer ich dachte zuerst dass er am anfang darüber redet dass er gesperrt ist auf tik tok er war ja gesperrt haben wir am anfang des videos drüber gesprochen und deswegen so eine upload sperre hat wie auf youtube wenn du strike wir es eine woche nicht so klar zwei strakes zwei wochen drei strakes ich weiß nicht genau wie es auf tik tok ist ich glaube nicht dass es ein systemausfall bei denen es war ja das wird keine paar tage so bleiben denke mal dass reiner wirklich einfach gesperrt ist und sich jetzt beschwert und ein anrecht darauf haben soll laut seiner meinung natürlich dass tik tok sich da so schnell mich darum kümmert falls ein technischer defekt war und nicht wegen seinem strike alle jahre seite auch viel geld bringen und tat geld auch also einer ich will dich ja wirklich nicht auf dem boden der tatsachen aufschmettern lassen aber ich glaube ob du auf der seite bist oder nicht ist tik tok sowas von scheißegal ich glaube wirklich 99 prozent der leute die da matchen sind tik tok ist tik tok scheißegal die machen da habe ich das meiste geld der kleine wo diese 99 prozent sage ich einfach mal da sagen wir mal 90 prozent ist ein bisschen realistischer kommt auch viel geld bei rum ne gar keine frage aber wenn man sich mal diese richtig dicken matches anschaut wirklich wenn wirklich die creme de la creme von tik tok wenn man es so nennen möchte aufeinander trifft und da wirklich millionen von punkte hin und her plattern das ist das was tik tok interessiert und nicht ob da irgendein medler weiß ich am abend 30 euro in die kasse von tik tok spielt das juckt am ende des tages nicht dann meinte er ja er hat viele folgen gemacht schon ich glaube sechs stück oder so ich glaube wie viele kennen wir folge drei glaube ich haben wir schon gesehen also eins bis drei also drei neue folgen immer gespannt was er da so ansprechen möchte und er sagt wieder die thematik mit den kindern er hat ja schon gelogen mit der tik tok sperre das ja gar nicht gesperrt war haben wir am anfang wie gesagt darüber gesprochen und das wirft natürlich auch ein schlechtes licht darauf dass er auch über eine sache mit den kindern gelogen hat ich kann mich wie gesagt vorstellen in den kommentaren weiß es sind geteilte meinung reiner selbst eingesehen reiner lässt es weg um es später wieder zu benutzen einer wurde gezwungen er von google was auch immer die meinung war da sehr gespalten unter den kommentaren in den kommentaren aber ich glaube immer noch dass er von google ein drauf bekommen hat weil das wie er da sachen schreibt alleine schon der satz die kinder können auch selbst entscheiden ob sie nach rumlaufen wollen ist finde ich in der kommune wo erwachsene vor allem männer rumlaufen die reiner vorher nicht kennt die nicht schon seit jahrzehnten zusammen wohnt zusammen wo man sich ein bisschen ja soll ich sagen und kann man so sagen ich denke schon das ist einfach allein das geht schon so weit bin ich aber der winkler glück ist da wer weiß was noch so alles passiert und am ende natürlich reiner professionell wie es ich weiß nicht genau ob es der bot war von inge der am ende mit aufgesagt hat oder rein das internet ich hoffe rein das internet aber ja und der winter dann noch das jetzt viel umgebaut hat und so weiter das ist durch die frage in richtung kernwitz ich weiß ist bisschen schnitt von gestern aber mich lässt dieser gedanke einfach nicht los ich glaube erwarte ich bin mir auch ziemlich sicher ich habe mir das team ist da beziehungsweise ganz angeschaut also mit vergleichen für mir einfach die zeit ein bisschen aber vielleicht hat es irgendwie von euch schon angeschaut habt ihr irgendwelche veränderungen gesehen in seinem setup licht einfallen was auch immer er hatte ja vorher also vor der kennenztheorie als er noch in der p-stadt anscheinend war diese dachschräge die war auch irgendwann weg und da wusste man zum beispiel wo rein ist irgendwo anders sowas müsste man auch suchen ja und das war es dann auch schon dieses beiden clips der rest versinkt schmerzende und ja eigentlich nur singt schmerzende mit sehr wilden sachen dazwischen aber er erwähnte dass seine industrie video gemacht hat und ich finde wir haben alle nur zeit das video geht nicht allzu lang deswegen ich weiß das sind dran ohne musik na ihr seht ihr nur ich versuche mal so ein bisschen rumzuschneiden dass ich die musik rausnehme und dass man vielleicht ein schlaufen in der mitte ein bisschen hört dass ihr seht dass er wirklich ja ist hat wirklich am arsch er ist wirklich wie soll ich sagen kaputt ich weiß nicht ob ich mich nach dem clip noch mal melde mal schauen aber falls nicht will ich schon mal sagen vielen dank fürs zuschauen das gerne aber da würde mich sehr freuen lass auch mal einen kommentaren da und dann sehen wir uns im nächsten part oder nächste stream besprechung nächster blog was auch immer hau da rein ne hüftbewegung vor allem und dann die arme ja